Musik Liebe Gäste, liebe Sinten, ich darf Sie, ich darf euch recht herzlich zum Sintenorfer Straßenfest einladen. Ich bin überrascht, dass in dieser Zeit schon so viele hier sind, aber umso besser für uns. Wir freuen uns, wir haben uns sehr viel Mühe gegeben und ich möchte an allererster Stelle mich bei den Sintenorfer Freien und Gruppierungen bedanken, die hervorragend mitgezogen haben, um so ein Fest zu organisieren. Und wir haben in den nächsten drei Tagen noch sehr viel zu tun und am Montag wieder aufräumen. Ein ganz, ganz großer Dank an alle Helfer, an alle Sintenorfer, Gruppierungen und Vereine. Wir haben jetzt nach sechs Jahren, es ist wirklich schon so lange her, wieder ein Straßenfest in Sintenorfer und für uns Sintenorfer es ist ein besonderes Fest und wir freuen uns, dass auch wenn man alles passt und hoffen auf ein paar schöne Tage. Ich möchte heute Abend an erster Stelle unseren Bürgermeister, Joachim Schulz, begrüßen. Er wird nachher den Fassanstich machen. Er hat auch die Schirmherrschaft für unser Fest genommen und dafür sind wir ihm mit Joachim recht dankbar. Dann, das in erster Linie für die Sintenorfer, dann begrüße ich natürlich unseren Ortsvorsteher, der leider immer noch sehr krank ist und ihm. Wir freuen uns, dass du wirklich vorgehend und wünschen dir, wie schon öfters, schnelle und eine gute Besserung hier auch in dem Jahr. Vor dem Sintenor ist eigentlich das Geboten, wir machen heute wieder Volksliga, wir haben also keine Kosten für Mühe geschollt und eine Band, die normalerweise in München und in Stuttgart spielt. Stuttgart-Sintenor fliegt sehr nah beieinander. Wir sind gespannt auf die Meldung, die ersten Kontakte waren schon super. Kommen Sie gern morgen übermorgen wieder, morgen Abend lang ist für die Kinder einiges geboten und für heute Abend wünsche ich Ihnen, euch einen wirklich schönen Abend hier im schönsten Ort für den Schöntal in Sintenorfer. Und das war jetzt der Stiftwort für unseren Bürgermeister, dem gebe ich jetzt das Wort. Bitteschön. Meine liebe Sintenorferinnen und Sintenorfer, ich freue mich, dass ich heute Abend in der schönsten Ortschaft für den Schöntal sein darf. Und begrüße ich ganz, ganz herzlich. Ich freue mich sehr, dass es wieder möglich ist, zusammenzukommen, solche Straßenfeste zu feiern. Es wird allerhöchste Zeit, dass wir wieder raus können, miteinander sprechen können und auch miteinander feiern können. Und auch von meiner Seite aus ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an alle, die hier mit angepackt haben. Das ist eine herausragende Leistung, die Sie gemeinsam hier vollbringen. Die ganze Ortschaft ist unterwegs und ich glaube, es gibt zwei Hälften. Die eine Hälfte arbeitet, die andere Hälfte feiert und am nächsten Tag ist wahrscheinlich umgekehrt. Und das ist genau die richtige Einstellung. Für den Bürgermeister sind solche Feste eine mega Herausforderung, weil er ein Bierfass anstechen muss. Und Sie wissen, Bierfass anstechen, Sie sehen es, kapitales Fass. Das ist gefahrgeneigte Arbeit. Und Sie können mir sagen, ich habe die halbe Nacht nicht geschlafen. Und deswegen auch gleich die Ringe unter den Augen. Aber der Herr Wunderlich von der Herbsthäuser Brauerei hat mir ein bisschen Angst genommen. Er hat gesagt, es sei ein Fass, das man leicht anstechen kann. Und an dieser Stelle muss man sagen, es ist das beste Fass der Welt, weil wir es kostenfrei von der Brauerei bekommen und da hat er sich von der Herbsthäuser Brauerei einen trosteten Applaus verdient. Herr Wunderlich, einen kleinen Verbesserungsvorschlag hätte ich. Wir könnten doch eigentlich an jedem Festabend einen kleinen Fassanstieg machen unter der Voraussetzung, dass Sie das Feste mitbringen. Also, er sagt, wir können drüber reden. In diesem Sinne, liebe Sindeldorferinnen, liebe Sindeldorfer, wünsche ich diesem Fest einen guten Verlauf. Ihnen allen viel, viel Spaß und viel, viel Freude. Feiern Sie schön. Trinken Sie nicht zu viel, sondern in diesen Mengen, dass Sie unfallfrei nach Hause kommen. Ihnen allen viel, viel Spaß, alles Gute. Bleiben Sie gesund und jetzt geht's los. Herzlichen Dank, Herr Bürgermeister. Und ich möchte auch noch mal ganz herzlich bei der Brauerei ganz tausend bedanken, die zu Ende wieder traditionell eine sehr gute Verbindung haben und die Familie Wunderlich in Sitter auch immer sehr gern gesehen ist. Also der OP Rommel hat's anders gemacht, Joachim. Der hat nicht rutsam geschlagen. Aber er ist ja kein OP. Oh! Wohin! 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 Sehr gut! In einem sagt man, Oksack ist. Also beim Eischenkirchkopf haben sie sich noch verbessert. Also das ist ja ein bisschen Dorn und nichts. Das ist ja minimize. Warum? Aber ich trinke, glaube ich, das ist das Husteste aus dem Jericho. Ich möchte auch gar keine Ahnung werden. Also sobald ein Bruder so etwas Trinkbares ausbringt, darf man sich hier gerne bedienen. Okay, wir lassen es laufen. Wie gesagt, einen schönen Abend und wir hören noch ein bisschen hin und unten sind. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.